Herzlich willkommen bei Konrad, dem Lieferant für Ihr Business. Ich befinde mich gerade in unserem Logistikzentrum in Bernberg. Das ist der Ort, an dem sich täglich bis zu 100.000 Pakete auf den Weg zu Ihnen machen. Konrad Business Supplies deckt seit 1998 die Bedarfe unserer Geschäftskunden in unterschiedlichsten Warenbereichen, wie zum Beispiel Arbeitsschutz und Werkzeug für Groß- und Mittelbetriebe aus Maschinenbau und Automobil. Businesskunden können aber in weit mehr Bereichen bei Konrad einkaufen. Dazu gehören auch hochwertige Produkte wie Computertechnik, Akkus, Batterien, Ladetechnik und alles rund um das Büro. Und all das mit dem schnellsten verfügbaren Lieferservice auf dem Markt. Denn wir garantieren pünktliche und zuverlässige Lieferung dank Lager in Deutschland. Von 24 Stunden Standardversand, stundengenauen bis hin zu zwei Stunden Express- und Wunschlieferung. Wir sind der Lieferant, der jeglichen Betriebsbedarf mit einer einzigartigen Sortimentsbreite und Tiefe sowie einem innovativen Produktportfolio abdeckt. Auch Spezialbedarfe können durch Sonderbeschaffungen realisiert werden. Das freut unter anderem unsere Kunden aus Forschung und Entwicklung, Instandhaltung und Ausbildung. One-Stop-Shopping verringert Beschaffungskomplexität und spart unseren Kunden viel Zeit und Geld. Und das auf allen Wegen. Per Internet, Mail, Telefon oder Fax vor Ort oder einfach über einer unserer E-Procurement-Anbindungen. Dazu bietet Konrad Business Supplies ergänzende Produktservices wie 3D-Druck, Kalibrierung und Kabelkonfektionierung. Volle Kostentransparenz gehört dabei zu unserem Standard. Ob 1 Lieferung, Staffelpreise, Angebotsservice für Großmengen, Sonderkonditionen für Großkunden oder unser Business-Paket mit ein Jahr versandkostenfreier Lieferung. Ein 30-tägiges Rückgaberecht ohne Aufschlag mit voller Rückerstattung ist für uns genauso selbstverständlich. Operative Exzellenz ist unser Leistungsbeweis für Sie. Mit Konrad finden unsere Kunden einen zuverlässigen Partner. Mit kostenloser Expertenberatung, einer einzigartigen Sortimentsbreite geprüfter Produkte, einfachen Beschaffungswegen dank Omnichannel-Vertrieb, flächendeckendem Vorort B2B-Service an 24 Filialen in Deutschland und individuellen Kundenlösungen. All das zeigt unser klares Leistungsversprechen. Alles einfach, schnell, Konrad. Der Lieferant für Ihr Business.